Hallo Daniela, wie geht's? Alles gut bei dir? Bist du aufgeregt vor der ersten Stunde? Nein? Nein, vielleicht ein bisschen. Ja, wir sehen. Nach dem Flugzeug schauen wir noch mal nach, ob die da aufgeregt ist. Okay, bis dann. Hallo. Prost. Okay, bis dann. Die ersten 1.000 Meter haben wir. Super. Ich wollte eigentlich 6.000, aber das machen die nur aus dem Wochenende. Die ersten 2.000 Meter haben wir. Die ersten. Die ersten 1.000 Meter. Die ersten 1.000 Meter. Das war's. 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 Das war's.